So, und was haben Sie erreicht? Sie haben das gesagt, Herr Bundeskanzler Scholz, die Einflusssphäre hat sich verschoben. Ja, welche Einflusssphäre? Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Und was ist der Preis dafür? Junge Männer sterben. Es sind Ukrainer genauso wie Russen sterben jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020